Fußball und Politik muss man trennen. So Aussagen gibt's immer wieder, aber das stimmt einfach nicht. Der Sport wird oft für politische Zwecke instrumentalisiert oder sogar missbraucht, z.B. von Russland. Der Konzern Gazprom ist einer der mächtigsten Sponsoren im Fußball. Die UEFA soll in der Champions League ca. 40 Mio. Euro pro Jahr kassiert haben. Bei der EM waren es wohl etwa 50 Mio. Euro. Mit diesem Geld öffnete sich Russland wichtige Türen. Welche genau, klären wir gleich. Dazu kommen noch Klub-Sponsorings. Schalke 04 hat das Logo seit 2007 auf dem Trikot getragen und so finanziell extrem profitiert. Aber die Zeit ist vorbei, ab sofort wird das Logo nicht mehr gezeigt. Sowohl die UEFA als auch Schalke haben die Beziehung beendet. Grund genug, um mal auf die Rolle von Gazprom im Weltfußball zu blicken. Natürlich mit dem Fokus auf Schalke 04. Das ist echt krass. Also, los geht's. Fangen wir mal mit dem Konzern an. Gazprom ist weltweit einer der größten Erdgasförderer. Die Struktur dieses Unternehmens ist total wichtig, denn es ist eben nicht unabhängig. 50,002 Prozent der Aktien besitzt der russische Staat. Experten sagen, dass in der Chefetage Leute sitzen, die sehr eng mit der Regierung bzw. Präsident Wladimir Putin sind. Er kann also theoretisch tun und lassen, was er will. Preise erhöhen, die Pipeline zudrehen etc., um politischen Druck auszuüben. Es ist de facto ein Staatsunternehmen. Im Fußball ist Gazprom sehr präsent gewesen. Man kam an diesem Logo gar nicht vorbei. Bei jedem Champions-League-Spiel gab's einen Werbespot. Dazu wurde auf den LED-Banden geworben und Influencer wurden immer wieder eingeladen, damit sie Vlogs von coolen Gazprom-Events drehen und auf YouTube stellen. Das hat wohl mehrere Gründe. Punkt eins, das Image aufpolieren. Es gibt viel Kritik am Konzern. Stichwort Klimaschutz. Greenpeace hat schon mehrfach in Stadien protestiert. Beim Champions-League-Finale 2015 in Berlin hing dieses Banner mit der Botschaft No Arctic. Und bei einem Spiel in Basel, das war im Jahr 2013, wurde die gleiche Botschaft auf dem Dach befestigt. Das Spiel musste sogar unterbrochen werden. Ja, in der Antarktis bort Gazprom nach Öl. Die Umweltschützer kritisieren, dass die Sicherheitsvorkehrungen mangelhaft seien. Sollte es dort mal einen Unfall geben, könnte es das ganze Ökosystem zerstören. Vor Ort hat's deshalb auch mal eine Protestaktion gegeben. 30 Aktivisten demonstrierten friedlich auf internationalem Gewässer. Tja, und was passierte? Sie landeten in einem russischen Gefängnis. Krass, oder? Also, Gazprom versucht mit der Werbung das eigene Image zu verbessern. Das ist jedoch nicht der Hauptgrund. Der Sportökonom Simon Chadwick hat mal in einem Interview das hier gesagt. Zitat, Das Sponsoring ist eine Art Hülle. Was sich in der Hülle befindet, ist ein komplexes Netzwerk an Kontakten. Es ist quasi Diplomatie im Schnellverfahren. So gehört man halt zur Elite und es gibt kurze Wege zu den Machthabern. Das ist E.2, die politische Macht. Chadwick hat da nen Vergleich gezogen. Stellt euch einfach mal vor, Gazprom will den Energieminister eines Landes sprechen. Ohne ein Sponsoring muss der Konzern die diplomatischen Protokolle einhalten. Das ist relativ kompliziert. Bis es zu nem Gespräch kommt, kann es Wochen oder sogar Monate dauern. Mit nem Sponsoring geht es deutlich schneller. Der Konzern schickt dem Minister einfach mal Karten für ein Champions-League-Spiel und sagt, komm vorbei. Höchstwahrscheinlich schaut dieser Politiker dann auch vorbei. Auf nem kurzen Dienstweg werden also die Deals an Land gezogen. Experten sagen, dass genau das schon passiert ist. Im Achtelfinale 2019 zwischen Manchester City und Schalke 04. Da saß ne russische Delegation auf der Tribüne. Ein Jahr später belieferte Gazprom plötzlich in dem Vorort von Manchester öffentlichen Gebäuden Gas. Zufall soll das nicht sein, heißt es. Tauchen wir da noch ein bisschen tiefer. Das Finale der Champions League hätte 2022 eigentlich in St. Petersburg stattfinden sollen. Das ist übrigens der Hauptsitz von Gazprom. Aber die UEFA hat Russland sanktioniert. Wegen des Krieges in der Ukraine findet jetzt das Finale in Paris statt. Kritik kommt da logischerweise aus Russland. Alexander Dschukov ist der Vorstandsvorsitzende von Gazprom Neft, also dem Mineralölkonzern. Er meint, Fußball und Politik muss man trennen. Nee, das geht nicht. Der Fußball steht für gesellschaftliche Werte. Fairness, Respekt, er soll Kulturen verbinden. Aber Fußball steht garantiert nicht für Mord und Krieg. Deshalb ist es komplett richtig, Russland das Finale zu entziehen. So, Alexander Dschukov ist in der UEFA relativ mächtig. Er sitzt im Exekutivkomitee, sprich, er ist sehr nah an den großen Fußballfunktionären und hält Kontakt zu ihnen. Experte Simon Chadwick sagt dazu, Dschukov sei ein Vertreter der russischen Regierung. Er habe die Aufgabe, Infos zu beschaffen. Zitat, das klingt vielleicht wie in einem alten Spionagefilm aus dem Kalten Krieg, aber so ist es. Es geht darum, hinter denjenigen zu arbeiten, Informationen zu sammeln und Bericht nach Moskau zu erstatten. Durch seine Position habe er politische und wirtschaftliche Vorteile. Ihr merkt, dieses Sponsoring ist sehr komplex. Gazprom ist ein staatliches Unternehmen. Auf mich wirkt es so, als sei der Fußball nur ein Mittel zum Zweck. Jetzt kommen wir zum deutschen Fußball. Schalke 04 hat schon seit langer Zeit finanzielle Probleme. Ein kurzer Rückblick. Im Jahr 2004 sorgten Verbindlichkeiten in Höhe von über 100 Millionen Euro für Bauchschmerzen. Clemens Tönnies war damals Schalke-Boss. Er sagte später mal, dass er sich da große Sorgen machte. Also, Schalke brauchte dringend ne Lösung. Und die gab's. Ein neuer Hauptsponsor. Gazprom. Seit 2007 sind sie mit dem Boot. Dieses Bild mit Wladimir Putin ist sehr bekannt. Auch das zeigt, Gazprom und Politik kann man nicht trennen. Für den Klub war das der lukrativste Deal der Geschichte. Ein Meilenstein, um auf gesunden Beinen zu stehen. Im Sponsoren-Ranking katapultierte sich Schalke laut Medienberichten direkt auf Platz zwei. Nur die Bayern kassierten noch mehr. Aber es gab schon sehr früh Kritik. Und das ist ganz wichtig zu sagen. 2008 herrschte der Kaukasuskrieg. Russland griff Georgien an. Fünf Tage dauerte er. Indirekt hatte das auch Auswirkungen auf Schalke. Lewand Kobiaschwili bangte um seine Frau und Kinder. Sie waren in der Heimat im Urlaub und konnten gerade noch so rechtseitig fliehen. Beim Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid saß Kobiaschwili zwar auf der Bank, war mental aber nicht in der Lage zu spielen. Ey, das müsst ihr euch mal überlegen. Dein Land ist im Krieg, deine Familie in Gefahr und du sollst auf dem Trikot für ein Unternehmen Werbung machen, das einen Staat vertritt, der für Krieg sorgt. Später hat Kobiaschwili mal gesagt, ich spiele für einen Verein, nicht für einen Sponsor. Ja. Schalke reagierte öffentlich eher semi-gut. Der damalige Geschäftsführer Peter Peters meinte, Gazprom ist ein ganz normaler Hauptsponsor, ein guter und verlässlicher Partner. Dazu wollte sich Schalke politisch nicht äußern. Rückendeckung für den eigenen Spieler klingt ein bisschen anders. Also, Gazprom blieb Hauptsponsor. 2014 gab's dann den nächsten politischen Konflikt. Die ukrainische Halbinsel Krim wurde von Russland annektiert. Man nahm sie militärisch ein. Gazprom spielte da eine ganz wichtige Rolle. Plötzlich musste die Ukraine nämlich höhere Gaspreise bezahlen. Es wirkte wie eine Machtdemonstration der Russen. Natürlich stand Schalke wieder im Fokus. Clemens Tönnies meldete sich zu Wort und meinte, 0,0 Probleme mit dem Sponsoring zu haben. Seine Beziehung zu Russland ist ja eh sehr eng. Über seine Freundschaft zu Präsident Wladimir Putin sagte er mal, Zitat, Ich bin kein Weltpolitiker, aber wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Er erkundigt sich dann auch immer nach Schalke. Wir haben ein gutes Verhältnis, dazu stehe ich. So, mitten in dieser Krise meinte Tönnies dann plötzlich, dass die ganze Schalker Mannschaft in Zukunft mal nach Russland fliegen kann, um Putin zu treffen. Klar, in der Öffentlichkeit gab's massive Kritik daran, Schalke wäre für die russische Propaganda benutzt worden. Und das zeigt meiner Meinung nach, Politik kann man von Fußball nicht trennen, weil immer wieder versucht wird, den Sport zu missbrauchen. Das Ende dieser Geschichte. Zu diesem Besuch kam es nie. Nun ja, die Beziehung von Schalke und Gazprom ist wirklich sehr eng gewesen. Erst vor knapp einem Jahr wurde der Sponsorenvertrag verlängert. Finanziell war das für den Klub super, um nach dem Abstieg einfach Planungssicherheit zu haben. Gazprom meinte, wir sind ein verlässlicher Partner, auch in schweren Zeiten. Aber jetzt ist das Fass übergelaufen. Der Grund ist die Ukraine-Krise. Die russischen Truppen sind dort einmarschiert, ihr habt das ja alle mitbekommen. Und ich denke, Gazprom war als Sponsor nicht mehr tragbar. Der Druck von außen auf Schalke einfach zu hoch. Es wäre ein riesiger Imageschaden gewesen, weiterhin mit diesen Gazprom-Trikots zu spielen. Das will man jetzt wohl verhindern. Der größte Unterschied zu früher ist, bei Schalke gibt's ne neue Chefetage. Clemens Tönnies ist weg. Peter Peters ist auch weg. Die beiden hatten damals ja den Gazprom-Deal eingetütet. Wobei, mittlerweile haben sie sich vom russischen Konzern distanziert. Peters saß vor Kurzem im Sportstudio und meinte, das Geld sei süßes Gift gewesen. Falls ihr euch das ganze Interview ansehen wollt, in der Endcard verlinke ich euch das. Den Bossen war damals Geld wichtiger als Moral. Tja, dazu ist jetzt Matthias Warnik aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten. Er war innerhalb des Vereins der offizielle Gazprom-Vertreter. Die Russland-Connection ist also nicht mehr bei Schalke. So hat sich vielleicht die ganze Sichtweise auf diesen Deal verändert. Das kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Wie der Verein mit der Situation umgeht, ist echt super. Schritt eins, beim Ligaspiel gegen den Karlsruher SC hatten die Spieler neutrale Trikots an. Diese Sonderedition wurde dann auch später im Online-Shop verkauft. Weil so viele Fancy-Shirts kaufen wollten, stürzte der Shop sogar ab. Und Schritt zwei, der Sponsorenvertrag wird jetzt vorzeitig beendet. Das Gazprom-Kapitel ist damit offiziell zu Ende. Das ist gut so, lieber spät als nie. Jedem sollte aber klar sein, für den Verein ist das ein großes Risiko. So, blicken wir mal in die Zukunft. Schalke hat mit Gazprom den größten Sponsor vor die Tür gesetzt. Etwa neun Millionen Euro soll der Konzern zuletzt bezahlt haben. In der zweiten Liga ist das ein extrem hoher Betrag. Sollte Schalke aufsteigen, hätte sich dieser Betrag anscheinend sogar noch mal verdoppelt. Dieses Geld wäre wichtig gewesen, um zu alter Stärke zu finden beziehungsweise den Kader so zu basteln, dass er in der Bundesliga dauerhaft konkurrenzfähig ist. Ob das auch ohne Gazprom möglich ist, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Einen finanzstarken Hauptsponsor zu finden, ist nämlich superschwierig. Nur insgesamt fünf deutsche Clubs haben zuletzt mehr Geld kassiert als Schalke. Hier ist die Rangliste eingeblendet. Wichtige Info, das sind nur Schätzungen. Jetzt braucht der Club also ne Alternative. Im Statement heißt es, dass man auch ohne das Gazprom-Geld überleben kann. Der Grund, man möchte bald neue Partner präsentieren. Realistisch ist, dass die Last auf mehreren Schultern verteilt wird. Wer in Zukunft dauerhaft auf dem Trikot stehen wird, steht aber noch nicht fest. Das Aus von Gazprom bei Schalke finde ich gut und alternativlos. Im Leitbild von Schalke steht, dass man klar gegen Gewalt ist. So, und genau das ist der springende Punkt. Ein Unternehmen, das von einem Staat gesteuert wird, der einen Krieg anzettelt, darf kein Partner sein. Dem Image von Schalke tut das auf jeden Fall gut. Ob man sich das aber auch finanziell leisten kann, wird halt die Zukunft zeigen. Die nächsten Monate werden für den Club sportlich und finanziell in der Ukraine definitiv richtungsweisend. Zum Krieg in der Ukraine gibt's wirklich sehr gute Videos, in denen dieser ganze Konflikt leicht verständlich erklärt wird. Empfehlen möchte ich euch da vor allem MrWissen2go. Hier ist ein Video von ihm verlinkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich Gut Kick, haut rein und ciao. Mein Liebner Vielen Dank.